Oh, das Wetter ist heute sehr schön, Schatz. Ja, genau. Wollen wir ein Eis essen? Ja, klar. Warum denn nicht? Wo finden wir die nächste Eisdiele? Auf der Dummeside. Mama, ich will schwimmen. Aber wir haben keine Schwimmkleidung mitgebracht. Mama, können wir ohne Schwimmkleidung schwimmen? Nein, das geht nicht. Wir müssen unsere Schwimmkleidung mitbringen.